Wart! 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 Okay, Gemma, Gemma, Baha, Baha, Wendy, Wendy, Wart! 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 Kommt raus, ich will euch sehen und seid ihr wartet! Kommt raus, kommt zum Sommermädel! Ey, wir waren zu leise, wir müssen nur einmal versuchen. Dann kommen die gleich, ich hab, doch sie kommen. Warte mal, warte, warte. Ich seh die oben schon. Okay, okay. Wir müssen lauter sein. Noch einmal richtig und morgen sind wir alle heute ausgeschüttet. Okay? Okay, noch einmal. Noch einmal richtig. Okay, okay, okay. Erstmal schon mal ein Voraus, ein riesen Applaus, weil die Märkte jetzt hier schon sind. Riesen Applaus an Herrn Rotermund, der das hier alles mit Douglas möglich gemacht hat. Riesen Applaus an das ganze V2 Team. Das ganze Stage 1 Team, ja? Auch einen ganz fetten Applaus. Da könnt ihr nachher Fotos umsonst machen. Nicht zu vergessen. Wir haben das Gewinnspiel noch mal belaufen. Wir können Westbach gewinnen. Wir können ein Keen & Green mit Monroe gewinnen. Zehn Leute, wie ihr hier seid, können gewinnen, ja? Und drei Einfalls haben wir noch. Und sonst gibt's Trostkreise, Leftloss, Eyeliner, Liebenschatten, alles was im Frauenherz begehrt. Und auch unsere Jungs haben natürlich auch richtig geile Sachen am Start. So, jetzt das war's von mir. Jetzt los mit der Autos Rangstunde. Aber, jetzt geht's doch mal alles und ruf, sagen wir uns, dass sie kommen, ja? Okay. Zerner! 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 Baha! Zerner! Mandy! Mandy! Wir lieben euch! Wir lieben euch! Und noch einmal, Heiha Sonat. Gibt mir deine Waffe. Okay, jetzt mal einmal. Eins, zwei, drei, eins, neun, raus! Ich hab keine Stimme mehr, die müssen jetzt kommen. Unter! Senna! Bessie! Komm, komm! Wir haben runter! Jenny, kannst du nicht unter? Es war... Es ist zu! Steig! 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 Steig!